Die Gänse sind wieder mal zum Abflug bereit. Gees like traveling. Gänse mögen es zu reisen. Beim Wort traveling handelt es sich um ein Gerundium, auf Englisch gerund. Ein gerund ist ein substantiviertes Verb. Das bedeutet, dass traveling zwar aus einem Verb gebildet, es aber wie ein Nomen verwendet wird. Und weil ein Gerundium die Eigenschaften von Verb und Nomen vereint, kann es auf unterschiedliche Weise übersetzt werden. Du kannst zum Beispiel sagen, Gänse mögen es zu reisen. Oder Gänse mögen reisen. Du erkennst ein Gerund immer an der Endung Eng. Somit sieht es genauso aus wie das Partizip Präsens, das Present Participle. Es wird auch gleich gebildet. An den Infinitiv, Infinitive eines Verbs, zum Beispiel travel, hängst du die Endung Eng. In diesem Fall muss auch das L verdoppelt werden, da es sich um eine Besonderheit der Schreibweise handelt. Die Regeln und Ausnahmen zur Schreibweise des Gerundiums entsprechen allen Bildungsregeln des Present Participle. Wird das Gerund als Objekt eines Satzes verwendet, erkennst du es immer mit der Frage, wen oder was. Außerdem steht das Gerundium als Objekt immer hinter einem Verb, hier like. Zudem gibt es ganz bestimmte Verben, auf die oftmals ein Gerund folgt. Neben like könnte hier zum Beispiel auch prefer oder love stehen. Weitere Verben dieser Art sind hate, enjoy und dislike. In Verbindung mit einem Gerundium, also einem Verb in der Ing-Form, beschreiben diese Verben dann häufig, was jemand gerne oder eben nicht so gerne macht. Dieser Satz zeigt, dass ein Gerundium auf unterschiedliche Weise erweitert werden kann. Hier steht es zum Beispiel mit einer adverbialen Bestimmung. Genauer gesagt, handelt es sich um eine adverbiale Bestimmung des Ortes, da beschrieben wird, wohin die Gänse gerne reisen. Travelling south ist somit ein Gerundium. Dieses bleibt weiterhin Objekt des Satzes und steht nach dem Verb. Natürlich flüchten die Gänse nicht ohne Grund in den warmen Süden. Sie wollen der Kälte in der Heimat entkommen. Auch hier besteht das Gerundium nicht nur aus einem Wort. Zusätzlich zur adverbialen Bestimmung des Ortes, south, wurde in diesem Satz das Gerund durch die adverbiale Bestimmung der Zeit, in winter, erweitert. Das Gerundium ist jetzt also Travelling south in winter. Es bleibt Objekt des Satzes und steht weiterhin nach dem Verb. Lass uns zusammenfassen. Wenn das Gerundium Objekt des Satzes ist, erkennst du es immer daran, dass es hinter einem Verb steht. Besonders auf die Verben hate, enjoy, dislike, like, love und prefer folgt oft ein Gerund. Das Gerund besteht außerdem nicht immer nur aus einem Wort. Es kann zum Beispiel auch durch adverbiale Bestimmungen erweitert werden. Hm, irgendwie wird es gar nicht wärmer. Hat da jemand die Karte falsch herumgehalten? Danke schön. Ja.